Noch viel besser drauf, oder wieso auch, ne, wie ein Kaffee, so Fido, oder was so auch, Fido, ne, die bist du einfach gekriegt, schreit mich zu rappen, drauf, da machst du mich mal ein Verstander auch, was kannst du so denken auf, bla bla, mit deinem Applaus kommst sowieso nicht weiter drauf, kein Bier oder was so auch, es muss ich ja lieber einfach quasi denken in der Kuppe oder Bier, so, euer Neib oder euer Hass oder so, immer im Mittelpunkt zu sein, von irgendwas, von Spinner oder was ist, ne, gebe ich ein Fatsch hier drauf, in der Kuppe oder Bier, so, euer Neib oder euer Hass oder so, immer im Mittelpunkt zu sein, von irgendwas, von Spinner oder was ist, ne, gebe ich ein Fatsch hier drauf, in der Kuppe oder Bier, so, euer Neib oder euer Hass oder so, immer im Mittelpunkt zu sein, von irgendwas, von Spinner oder was ist, ne, gebe ich ein Fatsch hier drauf, in der Kuppe oder Bier, so, euer Neib oder euer Hass oder so, immer im Mittelpunkt zu sein, von irgendwas, von Spinner oder was ist, ne, gebe ich ein Fatsch hier drauf, Viel besser drauf, oder wie so auch, ne, wie Echo Flech mit Kido oder was so auch, Sido, ne, die müssen erst mal Text schreiben, so bleib'n drauf, da maßen wir mal ein paar Stange auf, was kannst du sonst denken auf, bla bla, mit deinem Applaus kommst sowieso nicht weiter drauf. kein Bier oder was so auch, eineمة . im rede immer im mittelkunde sein von irgendwas von dir gespät oder was, ich geh mich in ein paar zähl drauf immer im mittelkunde sein von irgendwas von dir gespät oder was, ich geh mich in ein paar zähl drauf ine Trumpitz oder eure Neid oderPass oder so immer im Mittelkünft zu sein von irgendwas von nick spinnen oder was ist mir Da geb ich em paar Zell raucht ine부de pнолог бл Saya kem erNeid oderPass oder so immer im Mittelkünft zu sein von irgendwas von nick spinnen oder was ist mir Ja gib mich em paar Zell raucht